Musik Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt neue Bilder zu Kushina Uzumaki Naruto's Mutter und ich muss vorweg noch sagen, ich bin so, 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 so happy, dass es wirklich dieser Charakter ins Spiel geschafft hat. Klar, dieser Charakter hat keine Chance gegen Madara, Obito, Sasuke und was weiß ich noch, was für Bösewichte gibt, Kabuto und Orochimaru und was weiß ich, die hat da null Chance dagegen, aber trotzdem, ich fahre jetzt einfach, wie sie mit irgendeiner Pratpfanne durch die Gegend läuft und irgendwie Bösewichte fahrt, das ist doch total lustig, wirklich, ich werde mir hier wahrscheinlich nur den Arsch ablachen, ich glaube auch nicht, dass die so nervig sein wird, wie Sakura, Ino, wen gibt's noch, Tenten, Tenten, die Blöde, ich glaube nicht, dass die so nervig sein wird, wie die drei anderen da und, naja, kommen wir mal zu den Bildern, man sieht halt die ganzen, Anime-Sequenzen, das sind halt die aus dieser Secret-Story von ihr und ich hab leider keine Ahnung, um was es da gehen soll in dieser Secret-Story, wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, dann könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ich hab schon ein bisschen im Internet gesucht, hab leider nichts gefunden, vielleicht gibt's auch noch keine Info oder so oder ihr habt euch mal vielleicht was selber zusammengeräumt, das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben und zwar gibt's ja noch ein Bild und zwar sind da Minato, Kakashi, Obito, Rin und Kushina drauf und so ein Gruppenfoto und ich hätte mir das so vorstellen können, dass Minato eben gerade das Team bekommen hat, Kakashi, Rin und Obito und Kushina fand das Team so awesome und die ganzen Leute so nett eben, dass sie sich dazu gestellt hat und dass da eben nochmal ein zweites Gruppenfoto gemacht wurde, weil es gibt ja das normale Gruppenfoto, wo der Sensei und seine drei Schüler sind und jetzt wurde wahrscheinlich nochmal ein Gruppenfoto dann gemacht, weil sich einfach Kushina noch mit reingeschlichen hat, ähm, könnte ich mir so vorstellen, man sieht auch, Kushina und Rin sind so ein bisschen befreundet, äh, Kakashi und Obito, die sind halt wieder hier, äh, Beef und so und Minato lächelt einfach, sein Minato-Lächeln eben ist eben unglaublich und ich bin einfach so happy wirklich, dass dieser Charakter drin ist, manche können's nicht verstehen, ähm, da kann ich die Leute nicht verstehen, die suchen bestimmt nur so Charaktere, die blutverströmt sind und irgendwie babbo-mäßig aussehen, okay, ist doch mal ganz lustig irgendwie so einen netten Charakter irgendwie ins Spiel zu kriegen, der einfach mal ein bisschen funny drauf ist, denke ich mir einfach mal, das könnte das Spiel wirklich gut gebrauchen und, ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare, was wäre so eure Story, was das so mit Kushina auf sich hat, schreibt mir das einfach alles in die Kommentare und wie findet ihr die Bilder? Schreibt's mir ebenfalls in die Kommentare, über einen Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder, ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal, tschüss, okay, das hat sich kein Gehirn gehört, aber trotzdem, bis zum nächsten Mal, tschüss!